Ich habe schon einige Videos darüber gemacht, wie sicher Anlageprodukte sind und wie gut diese eigentlich bei mir laufen. Aber wie kann man eigentlich 500 Euro im Monat investieren und das sinnvoll tun? Heute schauen wir uns mal genau das an in einem neuen Video von Northern Finance. Mein Name ist Alex. Und fangen wir damit an, dass man, wenn man 500 durch 30 teilt, im Durchschnitt 17 Euro pro Tag sparen muss, um auf diese Summe zu kommen. Und das ist etwas, das ist bei den meisten möglich für den langfristigen Vermögensaufbau. Und wenn du jung bist, hast du einen großen, großen Vorteil. Das ist der Vorteil der Zeit, denn damit kannst du den Zinseszinseffekt deutlich, deutlich stärker nutzen und musst nicht auf irgendwelche schwachsinnigen Trading-Angebote zurückgreifen, bei denen du angeblich sehr schnell sehr reich werden kannst. Und ich bin auch kein Fan davon, in hochspekulative Investments wie Bitcoin zu investieren. Und egal, ob das jetzt eine kleine oder eine größere Summe ist, das lohnt sich für mich ganz einfach nicht, da das kontinuierliche Sparen Monat für Monat für mich den größten Mehrwert bietet, wenn ich hier einfach keine Pausen mache. Und ich zeige dir gleich wieso. Denn wenn wir heute mit dem Sparen anfangen, dann können wir mit der Summe von 500 Euro bereits in einem Monat Zinsen erwirtschaften und im darauffolgenden Monat Zinseszinsen und Zinseszinsen darauf. Und um das nochmal zu verdeutlichen, hier ein sehr akkurates Bild von einem Berg und einem Schneeball. Und je jünger wir sind, desto weiter oben fangen wir mit diesem Schneeball an, diesen zu rollen und letztlich wird dieser am Ende auch dadurch größer und größer. Und dieser Schneeball steht natürlich in diesem Beispiel für Geld und das Geld, das wir durch das Investieren verdienen. Das mal hier durch ein Beispiel hinterlegt. Wenn wir 500 Euro pro Monat sparen und damit einen jährlichen Kurszuwachs von 6% hinzuziehen und jährliche Erträge von 2% das Ganze über 20 Jahre machen, dann haben wir ohne Arbeit einfach nur, wenn wir so anlegen können, am Ende 272.000 Euro und einen Gewinn von 150.000 Euro. Das bedeutet, wir haben am Ende 120.000 Euro eingezahlt, eine Rendite von 7,5% und damit unser Geld mehr als verdoppelt. Ein richtig schönes Investment, aber der Zinseszins kommt noch nicht so stark zum Tragen. Erhöhen wir mal die Laufzeit auf 30 Jahre. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal am Ende anschauen, dann sehen wir, wir haben 180.000 Euro eingezahlt, die gleiche Rendite, aber am Ende mehr als eine halbe Million, mehr als 600.000 Euro. Und wenn wir jetzt wieder 10 Jahre hinzufügen und bei 40 Jahren sind, der durchschnittlichen Zeit, die man arbeiten möchte, wenn man Leute fragt, dann sind wir bei 240.000 Euro Einzahlung der gleichen Verzinsung und mehr als 1,4 Millionen Euro Vermögen. Das heißt, hier in den letzten Jahren kommt dann gerade der Zinseszinseffekt am stärksten zum Tragen. Deswegen sollte man möglichst früh beginnen, seinen Schneeball den Berg hinunter zu rollen, weil der dann am Ende größer und größer und größer wird. Und wenn wir den Zinseszinseffekt von den 1,446 Millionen Euro jetzt nochmal stärker walten lassen möchten und weiterhin die 7,5% Rendite pro Jahr annehmen, dann bekommen wir pro Jahr 100.000 Euro, ohne dass wir weiteres Geld einzahlen. Und das alles haben wir nur dadurch geschafft, dass wir früh angefangen haben, unseren Schneeball mit den 500 Euro zu rollen. Wie ich finde, super stark und das verdeutlicht mal, welche Macht unser Geld eigentlich hat und wieso es sich lohnt, früh mit dem Sparen anzufangen. Und diese Sparen, dieser Vermögensaufbau, der kann in verschiedenen Formen geschehen und darauf gehen wir mal jetzt ein. Davor noch der Hinweis, folg mir doch auch auf Instagram, da bekommst du solche Bilder und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Der Channel heißt hier ebenfalls Northern Finance. Und das wichtigste Investment ist Sicherheit. Und zwar die Sicherheit, wenn man es braucht, sich selbst einen Rettungsring zuwerfen zu können und einen gewissen Schutz in Form von schnell verfügbarem Geld zu haben. Idealerweise drei bis sechs Monatseinkommen. Und das nicht im Zweifel über eine Kreditkarte oder was anderes machen zu müssen, wie zum Beispiel die Freunde zu fragen, auch sehr unangenehm. Oder kurzfristig Aktien verkaufen zu müssen, wenn es gerade ungünstig ist. Oder einen Kredit aufnehmen, der dann am Ende auf einem P2P-Marktplatz landet, weil er so hoch verzinst ist. Also das alles möchte man nicht machen. Deswegen ist es wichtig, eine gewisse Rücklage aufzubauen und diese Rücklage möglichst liquide zu halten. Ich persönlich mache das in Bargeld bei mir zu Hause. Und wenn du jetzt dich fragst, wie kann ich denn 1.000 Euro anlegen mit verschiedenen Strategien, dann habe ich dieses Video hier gedreht. Es hat mittlerweile mehr als 100.000 Aufrufe und ist mal hier in der Ecke für dich verlinkt. Und wichtig bei diesem Investieren an der Börse ist es, die Kosten niedrig zu halten. Bei der Comdirect investiere ich persönlich auch mehr als 800 Euro pro Monat. Und hier gibt es die größte Auswahl, wie ich finde, mit mehr als 600 sparplanfähigen ETFs, die jeweils 1,5% kosten. Und das Ganze ist ab 25 Euro möglich, beziehungsweise bei 25 Euro pro Sparplan werden das dann eben 38 Cent kosten pro Sparplan. Und bei TradeRepublic kann man auch in sparplanfähige ETFs investieren. Hier vom Marktführer BlackRock mit der iShares Produktpalette. Und das geht komplett kostenlos, allerdings nur die iShares Produkte, sonst kann man hier nichts ETF-Sparplanfähiges kaufen. Und der Link zu beiden Videos und Dienstleistungen befindet sich unten in der Videobeschreibung. Und falls du dieses Video schaust, aber noch kein Abonnent bist, lass mir jetzt ein Abo da. Darüber würde ich mich unglaublich freuen und drück ebenfalls die Glocke. Ich poste zweimal pro Woche neue Videos, um deine finanzielle Bildung zu stärken. Lass mir außerdem einen Daumen nach oben da, falls es dir bisher gefällt. Das unterstützt mich und meine Arbeit unglaublich sehr. Vielen lieben Dank. Und kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Investiere in dich selbst. Eine Investition in ein Selbst bringt noch immer die größten Zinsen. Hier mal für ein Bachelorstudium haben wir mehr als 15%. Das ist weitaus mehr als die durchschnittliche Rendite am Aktienmarkt. Und eine Investition in ein Selbst ist nicht zu unterschätzen. Wenn du jetzt sagst, 50 Euro pro Monat, das kann ich investieren in meine eigene Bildung, in meine eigene Fortbildung, dann würde ich dir Audible empfehlen. Hier bin ich seit mehr als einem halben Jahr Kunde und bekomme jeden Monat ein neues Hörbuch und bilde mich damit weiter. Ich zwinge mich so ein bisschen selbst immer zu lesen bzw. dieses Hörbuch dann komplett durchzubekommen. Und das macht mir sehr viel Spaß, bringt mich persönlich weiter. Aber natürlich lese ich auch weiterhin die altmodischen Bücher. Und was mir in letzter Zeit immer, immer mehr gefällt, sind Online-Kurse, zum Beispiel von Udemy. Hier kannst du richtig, richtig viel lernen, womit du dann auch Geld verdienen kannst, zum Beispiel zu Software, hier von Adobe, zum Programmieren oder zu Business allgemein. Und ja, wenn das alles nichts für dich sein sollte, dann kannst du auch, um dich in deiner Karriere weiterzubringen, neue Sprachen lernen, wie Chinesisch oder Spanisch. Oder wenn du künstlerisch begabt bist, eben in künstlerische Kurse Geld investieren und hier eben deine Skills auf Vordermann bringen, um dann eben Statuen oder Ähnliches verkaufen zu können. Also hier geht es am Ende wirklich nur um dich und darum, dass du den größten Mehrwert aus dir selbst herausholen kannst und damit auch die größte Rendite. Und die lässt sich wirklich schön steigern durch kleine Investitionen. Und ja, das lohnt sich deutlich mehr, als am Aktienmarkt zu investieren, die Investition in ein Selbst. Hiermit kannst du dann in der Karriereleiter höher klettern und schneller klettern oder dein eigenes Unternehmen nebenbei aufmachen. Du kannst eine Domain registrieren, du kannst ein WordPress-Kit aufsetzen, du kannst das Unternehmen bei der Stadt anmelden und du kannst dir ein Logo designen lassen, so wie ich das auch vor zwei Jahren oder vor etwas mehr als zwei Jahren gemacht habe. Und das geht bereits ab 20 Euro. Du kannst aber auch, wenn du kein Online-Unternehmen aufmachen möchtest, ein klassisches Offline-Unternehmen aufmachen. Und dir Geräte, wie zum Beispiel ein Rasenmäher kaufen und für die gesamte Nachbarschaft oder die gesamte Stadt derjenige werden, der am besten und schnellsten den Rasen mäht und ja, damit richtig viel Geld verdienen. Es ist wirklich nicht zu unterschätzen, was ein eigenes Unternehmen an Umsatz machen kann. Hier steuerst du ganz aktiv, wie gut eigentlich deine Rendite ist durch deinen Arbeitseinsatz. Und das ist der große Unterschied zur Börse, zum Investieren hier. Du kannst aktiv mitbestimmen, wie gut am Ende deine Rendite ist und ob die wahrlich explodiert oder eben auch nicht, dadurch, wie viel Zeit du hier in dein eigenes Unternehmen investierst. Und der vierte Punkt, einer der wichtigsten, falls du Konsumschulden hast, dann erhöhe diese nicht mehr, sondern versuche diese schnellstmöglich zu pausieren und setze dein Geld hier ein, um die Schulden schnellstmöglich abzuzahlen und am Ende schuldenfrei zu werden. Und im Gegensatz zum Investieren hast du hier eine ziemlich garantierte Rendite, nämlich die von dem Geld, was du an Zinsausgaben sparst, was du nicht der Bank übergeben musst, dadurch, dass du deine Schulden frühzeitig abzahlst. Das allerdings ist hier zu unterscheiden von Schulden, die man für die eigene Bildung aufnimmt, zum Beispiel für den Studienkredit, denn diese sind meist deutlich geringer verzinst und diese habe ich jetzt auch, diese stotter ich jetzt ebenfalls kurz nach meinem Uniabschluss ab. Diese sind aber letztlich geringer verzinst und sind nicht so hoch in der Priorität wie Konsumschulden, die generell die höchsten Zinssätze haben. So, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen in einem etwas neuen Format. Wenn ja, dann sag es mir doch in den Kommentaren. Ich freue mich auf den Austausch mit dir und lass mir ein Abo da, falls du es noch nicht getan hast. Ich poste zweimal die Woche ein neues Video. Lass mir ein Like da, falls du es noch nicht getan hast. Darüber freue ich mich immer sehr und teile das Video mit deinen Freunden. Hier ist mein letztes Video und meine Empfehlung für dich.